In diesem Video geht es um die zweite unserer Dreifaltigkeitsregeln, nämlich die sogenannte Maschenregel. Anders als bei der Knotenregel geht es hier nicht um Ströme, sondern es geht um Spannungen. Und auch hier bietet es sich vielleicht an, zur einfacheren Erklärung wieder sich einen Wasserkreislauf vorzustellen, wobei wir hier an ein paar Stellen merken werden, dass das schon deutlich hakeliger wird. Bei der Knotenregel und Wasser als Strom funktioniert das noch sehr gut. Bei der Maschenregel wird das jetzt etwas eckiger. Dennoch starten wir mit einem Wasserkreislauf, der so aussehen soll. Und zwar haben wir hier Rohre, die haben teilweise einen extrem großen Querschnitt. Das soll das Rohr oben und das Rohr unten sein. Das ist quasi der Teil, der an die Pumpe angeschlossen ist. Und wir haben einen Bereich, in dem wir ein Rohr haben, was einen deutlich kleineren Querschnitt hat. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass hier Wasser durchfließt, dann ist vielleicht im ersten Moment ersichtlich, dass die Fließgeschwindigkeit sich in diesem Bereich hier deutlich erhöhen muss. Das heißt, wenn ich hier Wasser durchschicke und das muss einmal im Kreis fließen und das hat hier jetzt, sage ich mal, einen Quadratmeter Platz und hier hat es deutlich weniger Platz, dann muss es in diesem Bereich hier schneller fließen, damit gleich viel Wasser durchkommt. Das kann man sich hier mit den Pfeilen so vorstellen, dass die Pfeile hier näher aneinander liegen müssen. Wenn es dann unten angekommen ist, verliert es wieder an Geschwindigkeit, weil es eben mehr Platz hat. Dieses Prinzip kennt wahrscheinlich fast jeder von entweder Wasserpistolen oder aus dem Badezimmer oder von Gartenschläuchen. Ich nehme mal das Beispiel des Gartenschlauches. Da ist man als Kind sicherlich häufiger mal hingegangen und hat so mit dem Daumen das Ende vom Gartenschlauch verschlossen und hat dann gemerkt, dass das Wasser weiter spritzt, weil es dann plötzlich in dem Moment, wo es am Daumen vorbei muss, eine deutlich höhere Geschwindigkeit bekommt und damit auch weiter fliegt. Im Badezimmer kennt man das eigentlich von Duschköpfen. Es gibt Duschköpfe, die kann man einstellen und bei manchen hat man da einen richtig harten Strahl. Das ist dann der, wo die Löcher sehr klein sind, also wo man sehr wenig Durchlassöffnung hat. Und es gibt dann Einstellungen, da plätschert das Wasser eher raus. Das ist dann die Einstellung, wo die Löcher eher groß sind oder deutlich größer sind. Das ist auch gleichzeitig gleichbedeutend mit dem Begriff des Drucks. Man würde jetzt hier sagen, dass von dieser Stelle hier oben, die können wir tatsächlich übrigens als Knoten auch definieren, von diesem Knoten zum unteren Knoten ein sehr hoher Druck besteht. Ich nenne ihn mal P1. P ist das Formelzeichen für Druck, Pressure, und 1, weil es jetzt einfach der erste ist, den ich einzeichne. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Querschnitte des oberen und unteren Rohrs erheblich, erheblich größer sind, dann ist da die Fließgeschwindigkeit deutlich kleiner und damit auch der Druck deutlich geringer. Das heißt, wir könnten so etwas annehmen wie, dass von diesem Punkt hier zu diesem auf der rechten Seite der Druckabfall ungefähr 0 ist. Das stimmt natürlich jetzt nicht hundertprozentig, aber wenn wir jetzt mal näherungsweise hingehen und sagen, der Querschnitt ist wirklich deutlich, deutlich, deutlich größer, dann wird der Druck immer, immer kleiner und im Idealfall ist er dann vielleicht sogar 0. Das gleiche können wir hier unten annehmen. Wenn wir uns also fragen, wie viel Druck geht denn von dieser Stelle hier auf der rechten Seite bis zur Pumpe verloren, dann können wir auch da sagen, weil das Wasser da sehr langsam fließt, weil der Querschnitt sehr, sehr groß ist, geht von da nach da auch wahrscheinlich ein Druck von ungefähr 0 verloren. Jetzt fehlt noch die Pumpe in dem ganzen Spiel, denn die Pumpe selbst erzeugt natürlich einen Druck. Sonst würde kein Wasser fließen. Eine Pumpe erzeugt Druck, damit ist das Wasser geneigt zu fließen, weil es quasi geschoben wird. So kann man sich Druck vielleicht am einfachsten vorstellen. Wir schieben Wassermoleküle durch Rohre und damit erzeugt die Pumpe hier einen gewissen Druck. Damit folgt dann auch sogleich die Maschenregel für Wasserkreisläufe, habe ich sie mal genannt. Achtung bitte umgangssprachlich, das ist hier keine physikalisch korrekte Beschreibung, aber für die Vorstellung ist es sehr gut. Und die Maschenregel für die Wasserkreisläufe würde dann lauten, der Pumpendruck, den wir hier P0 genannt haben, ist gleich dem Druck über dem dünnen Rohr, den wir P1 genannt haben. Natürlich, und das sehen wir an dem Sternchen nur unter der Annahme, dass dann wirklich der Druck über den dicken Rohren, also dieser Teil hier, vernachlässigbar ist. Wenn wir uns das Ganze jetzt elektrotechnisch angucken, dann ist unsere Pumpe wieder eine Spannungsquelle und diese Spannungsquelle liefert jetzt eine gewisse Spannung, nennen wir sie U0. Unsere dicken Rohre sind quasi ideale Leitungen, die keinen Widerstand haben, also eine direkte Verbindung sind. Und unser dünnes Rohr, in dem jetzt ein sehr großer Druck abfällt und das Wasser relativ schnell fließen muss, also quasi das dünne Rohr, was der Pumpe einen Gegendruck entgegensetzt, ist unser Widerstand. Und entsprechend fällt über unserem Widerstand jetzt die Spannung U1 ab. Da wir wieder angenommen haben, dass wir den Widerstand mit idealen Leitern verbinden, bleibt also zwischen diesem Punkt hier und diesem Punkt keine Spannung hängen. Das heißt, diese Spannung hier ist ungefähr 0. Und auch von diesem Punkt zu diesem Punkt, genau genommen Knoten, bleibt auch keine Spannung hängen. Das Gegenstück in der Elektrotechnik wäre jetzt also die Maschenregel mit der Aussage, die Spannung über der Spannungsquelle, die wir U0 genannt haben, ist gleich der Spannung, die an dem Widerstand abfällt. Und die hatten wir U1 genannt. Das Ganze können wir jetzt natürlich verallgemeinern auf mehrere Widerstände. Wenn wir also mehrere Widerstände hintereinander, genau genommen in Reihe schalten, dann können wir auch hierfür eine Maschenregel formulieren. Nämlich die Summe aller Spannungen über den Widerständen, also U1 plus U2 plus U3, ist gleich der Spannung über unserer Spannungsquelle U0. Das heißt, wenn ich Widerstände hier hintereinander geschaltet habe, in Reihe, dann kann ich deren Spannungen addieren. Oder auch in Formeln ausgedrückt U0 ist gleich U1 plus U2 plus U3. Und um mal ein Zahlenbeispiel zu nehmen, wenn wir davon ausgehen, dass unsere Spannungsquelle 10 Volt hat, dann könnte es zum Beispiel so sein, dass 4 Volt an dem oberen Widerstand abfallen, 1 Volt an dem mittleren Widerstand abfallen und 5 Volt an dem unteren Widerstand abfallen. Und als Formel stünde dann hier eben 10 Volt gleich 4 Volt plus 1 Volt plus 5 Volt. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was wir bei der Knotenregel hatten. Also reinfließende Ströme gleich rausfließende Ströme. Das wäre so etwas wie angelegte Spannung von Quellen ist gleich Summe der Spannungen, die über Verbrauchern abfallen. Das könnte man so interpretieren. Und genauso wie man bei der Knotenregel hingegangen ist und das Ganze verallgemeinert hat, auf die Summe aller Ströme in einem Knoten ist gleich 0, kann man das hier auch machen. Dazu folgender Kniff. Wir ziehen jetzt dieses U0 einfach auf die andere Seite und dann stünde hier 0 ist gleich U1 plus U2 plus U3 minus U0. Und damit können wir so etwas Ähnliches machen wie mit der Knotenregel. Wir können nämlich jetzt folgendes formulieren und das wäre die Maschenregel im Allgemeinen, also als ganz allgemeine Aussage. Die Summe aller Spannungen in einer Masche beträgt 0. Wobei auch hier wieder ein Sternchen vorzusehen ist. Spannungen in Pfeilrichtung werden jetzt nämlich positiv gezählt und Spannungen entgegen der Pfeilrichtung werden negativ gezählt. Das ist auch ein bisschen ähnlich wie bei der Knotenregel, wo man hineinfließende Ströme positiv gezählt hat und rausfließende Ströme negativ gezählt hat. Dennoch tauchen hier jetzt Begrifflichkeiten auf, die ein bisschen irritieren, weil wir haben an keiner Stelle bisher gesagt, was eigentlich eine Masche sein soll. Und eine Masche ist jetzt folgendes. Es ist leichter zu erklären, was ein Maschenumlauf sein soll. Dann ist, glaube ich, auch klar, was eine Masche ist. Und zwar ist ein Maschenumlauf folgendes. Da geht man hin, setzt sich auf einen bestimmten Punkt in der Schaltung. Ich nehme jetzt mal den hier über der Quelle, aber er ist tendenziell beliebig wählbar. Und dann läuft man einmal durch die Schaltung durch. Und zwar so, dass man wieder an diesem Punkt ankommt. Das ist ein sogenannter Maschenumlauf. Das Ganze könnte man übrigens auch andersrum machen. Das würde nichts ändern. Ich kann auch nach unten loslaufen, entgegen Uhrzeigerrichtung oder Uhrzeigersinn und lande wieder an diesem Punkt. Und wenn ich einmal rum bin, nennt man das einen Maschenumlauf. Und jetzt muss ich Folgendes tun. Ich muss jetzt quasi auf dem Weg meines Maschenumlaufes alle Spannungen einsammeln. Genau genommen alle Spannungspfeile zählen. Und hier steht jetzt, dass Spannungen, bei denen ich in Pfeilrichtung laufe, positiv gezählt werden und Spannungen, wo ich entgegen der Pfeilrichtung laufe, negativ gezählt werden. Und jetzt machen wir das mal an einem Beispiel. Wir starten jetzt mal wirklich oben links, hier in dieser Ecke. Und laufen jetzt mal mit dem Uhrzeigersinn durch diese Masche durch. Das heißt, wir laufen hier runter, dann nach rechts, dann nach oben und sind dann wieder an unserem Ausgangspunkt. Und ich mache hier mal Pfeilchen dran, damit wir wissen, wie rum wir laufen. Jetzt ist das Erste, was ich mitnehme, wenn ich nach unten laufe, diese Spannungsquelle U0. Diese Spannungsquelle U0 liefert 10 Volt. Und das mache ich jetzt mal übereinander, allgemein und mit den Zahlenwerten. Das ist, glaube ich, am einfachsten zu verstehen. Also ich laufe in Richtung des Pfeils. Deswegen zähle ich positiv. Das heißt, hier stünde plus U0, wobei wir das Plus wieder weglassen können. beziehungsweise plus 10 Volt. Dann laufe ich weiter hier unten lang. Hier ist überall nichts. Das ist ideale Leitung. Hier passiert spannungsmäßig gar nichts. Bis ich dann bei U3 lande. Bei U3 laufe ich aber mit meiner Laufrichtung entgegen der Pfeilrichtung. Hier stoßen die Pfeilspitzen quasi aneinander. Das heißt, ich muss U3, weil ich entgegen der Pfeilrichtung laufe, negativ zählen. Das heißt, hier stünde jetzt minus U3 und U3 hat den Wert 5 Volt. Das heißt, minus 5 Volt. Ich laufe weiter, bin jetzt quasi an dieser Stelle und laufe weiter hoch. Dann laufe ich gegen U2. Gegen, weil auch hier der Pfeil nach unten zeigt, ich aber nach oben möchte. Das heißt, auch hier zähle ich negativ. Also minus U2 beziehungsweise minus 1 Volt. Und jetzt laufe ich zuletzt noch weiter nach oben. Laufe dann über U1 beziehungsweise die 4 Volt auch wieder entgegen der Pfeilrichtung. Also minus 4 Volt. Falsch rum. Entschuldigung. Oben minus U1 und unten minus 4 Volt. Und jetzt sagt uns die Maschenregel, dass in beiden Fällen oder beziehungsweise in diesem Fall 0 Volt rauskommen müssen beziehungsweise 0. Und wenn wir jetzt mal unten nachrechnen, dann steht hier 10 Volt minus 5 Volt. Das sind 5 Volt. Minus 1 Volt sind 4 Volt. Minus 4 Volt sind 0. Dann passt das Beispiel also wieder. Und jetzt stellt sich an der Stelle gerne mal die Frage, ja woher weiß ich dann, dass ich entgegen dem Uhrzeigersinn laufen muss? Das muss ich nicht. Ich mache das gleiche Beispiel jetzt nochmal nur in Uhrzeigerrichtung. Das heißt, ich starte wieder hier oben. Ich zeichne den Maschenumlauf jetzt mal außen hin, der Übersichtlichkeit halber. Das heißt, ich laufe nach rechts, dann laufe ich runter, dann laufe ich nach links, laufe an der Spannungsquelle vorbei und lande wieder im Ursprungspunkt. Jetzt wieder mit Pfeilchen, um zu sagen, wo ich lang laufen möchte. Das wäre auch ein möglicher Maschenumlauf. Und wenn wir das tun, dann steht hier folgendes. Hier steht, ich laufe erstmal über U1 drüber, also hier, in Pfeilrichtung. Das heißt, ich zähle U1 positiv, starte also mit U1, beziehungsweise in unserem Beispiel 4 Volt. Ich laufe weiter über diese Spannung hier. U2, auch hier laufe ich in Pfeilrichtung. Pfeile zeigen alle nach unten, damit in gleiche Richtung. Ich zähle also wieder positiv. Und es geht dann weiter über U3. Auch da zähle ich positiv, weil in Pfeilrichtung, also plus U3, beziehungsweise plus 5 Volt. Jetzt bin ich hier unten, laufe weiter nach links und stelle dann fest, jetzt komme ich zu der Spannungsquelle U0 und hier merke ich, ich laufe entgegen der Pfeilrichtung von der Spannungsquelle. Damit muss ich diese Spannungsquelle negativ zählen, denn wir laufen entgegen der Pfeilrichtung. Also steht hier oben minus U0 und hier unten steht minus 10 Volt und die Maschenregel sagt jetzt, beides ist 0. Und wenn wir hier unten mal durchgehen, dann steht hier 4 Volt plus 1 Volt, das sind 5 Volt, plus 5 Volt, das sind 10 Volt, minus 10 Volt sind 0. Passt also auch. Das heißt, es ist völlig egal, warum ich so einen Maschenumlauf mache, den darf ich mir quasi aussuchen. Es gibt Fälle, da ist es sinnvoll, im Uhrzeigersinn zu laufen. Es gibt Fälle, da ist es sinnvoll, gegen den Uhrzeigersinn zu laufen, weil das irgendwelche Rechnungen potenziell vereinfacht, aber ihr könnt immer starten, wie ihr wollt, das ist nicht festgelegt und darf deshalb frei gewählt werden. Das ist also unser zweites großes Gesetz unserer heiligen Dreifaltigkeit, die Maschenregel.